hallo alle zusammen heute geht es um das 14 bis 35 mm objektiv von canon das rf objektiv also passend für alle kameras mit dem r mount hier jetzt eben gefilmt auf der r5 und auf 14 mm das heißt den look bekommst du auch und mir war besonders wichtig dass wir gleich das ganze so anfangen dass du zum einen siehst wieder look aussieht wie die millimeter aussehen also 14 millimeter 35 mm schauen wir uns gleich an wie das ganze sich in der praxis schlägt zumindest für mich jetzt als landschaftsfotograf hat das schon hin und wieder eine relevanz wie weit das objektiv gehen kann im weitwinkel beziehungsweise wie auch das mit der blende sich verhält denn das objektiv hat durchgehend die blende 4 und keine blende 2.8 gewohnt bin ich natürlich von meiner sony das 12 24 mm das durchgehend blende 2.8 hat aber auch wieder seine schwächen hat sage ich mal und auch nicht alles super macht und dieses objektiv wieder seine eigenheiten und besonderheiten mit blende 4 hat fangen wir mal an mit der verarbeitung das objektiv wird komplett aus plastik außenrum gefertigt hat einen metall anschluss hinten wenn du zoomst fährt der tubus ein bisschen raus das heißt er zoomt raus wenn du auf 14 mm zoomst und wenn du ab ungefähr 20 mm wieder auf die 35 hoch gehst das heißt das objektiv fährt so oder so raus hat aber natürlich den charmanten vorteil dass du vorn aufgrund der quasi nicht vorhandenen wölbung auf die linse deine filter drauf schrauben kannst das sind 77 mm das gewinde und das ist durchgängig okay also ich muss sagen 77 mm ist jetzt nicht das teuerste größte aber auch jetzt nicht unbedingt klein es ist durchaus in ordnung 77 mm ja da zu verbauen also du kannst filter vorn dran schrauben muss quasi kein aufwendiges filtersystem zum draufstecken zum quasi extern drauf schrauben kaufen hier gehen also alle rund filter in der regel die dafür geeignet sind du hast an dem objektiv ansonsten natürlich canon typisch für den air mount auch diesen dritten ring zum einstellen du hast also nicht nur das zoomen am objektiv und den manuellen fokus den du selbst bedienen kannst sondern auch ein drittes wahlrad oder zoomrad mit dem du quasi frei belegen kannst was darauf liegen soll also die iso oder die blende bei mir ist das standardmäßig nicht belegt ich mache das alles an der kamera aber wer das braucht oder möchte oder mag der kann sich dann dort auf diesen ring selbst drauf legen was er möchte ansonsten hast du an der seite zwei anstellmöglichkeiten du kannst den autofokus abschalten und zuschalten das finde ich ultra wichtig bei objektiven dass man das grundsätzlich abwählen kann oder eben anwählen kann weil erst ins menü zu gehen und zu sagen autofokus an oder aus das mache ich nicht das hält meistens auf und in der regel habe ich jetzt beim fotografieren oder filmen nicht die zeit um noch ins menü zu gehen sondern da muss es meistens schnell gehen und wenn irgendwas stört und ich muss im zweifel manuell fokussieren dann schalte ich einmal um kann direkt eingreifen das ist schon ziemlich gut ansonsten habt ihr noch an der seite noch einen einstellbutton und zwar für die stabilisierung die bildstabilisierung das macht die canon schon ziemlich gut und in verbindung mit dem fünf achsen bildstabilisator in der canon und noch im objektiv hast du wirklich ein sehr smoothes bild es ist natürlich nicht vergleichbar mit einem gimbal wo das ganze komplett austariert ist aber aus der hand kann man da zum einen sehr smooth filmen und zum anderen auch sehr langsame verschlusszeiten inzwischen anwählen und dann aus der hand noch fotografieren das geht ziemlich gut also das macht kennen mit den modellen schon schon ziemlich richtig muss ich sagen also für wen das ein thema ist ja du kannst es anschalten oder eben abschalten und wer es braucht der wird es schon denke ich sehr gern nutzen wollen weil vor allen dingen blende 4 dafür sorgt dass du in der regel nicht aufblenden und ja die blende aufmachen kannst darum würde ich sagen dementsprechend eine längere verschlusszeit im zweifel brauchst und bevor du den iso pusht gehst du vielleicht ein bisschen runter mit der verschlusszeit und hast dann eben den bildstabil und kannst dann noch ein fünfzehntel oder so aus der hand noch fotografieren oder ein achtel das geht dann schon noch je nachdem wie viel kaffee du getrunken hast vorher das ist recht gut also äußere verarbeitung ist okay ich finde für ein objektiv was um die 1300 bis 1500 euro neu kostet ja da kann man mehr erwarten also es fasst sich jetzt nicht billig an aber es fasst sich jetzt auch nicht unbedingt sehr hochwertig an also das muss ich ganz ehrlich sagen auch wenn es ein ell objektiv ist also mit diesem roten ring und abgedichtet ist gegen wetter einflüsse also spritzwasser und staub geschützt soll es denn sein aber es fasst sich nicht ultra hochwertig an da gibt es andere gläser von von kennen die sind da einfach anders verarbeitet beziehungsweise bei anderen herstellern die fassen sich einfach wertiger an dass ich das mit gesagt habe das ist die äußere verarbeitung ansonsten hast du ja ansonsten keine anderen einstellmöglichkeiten das objektiv ist dann so wie es ist es ist nicht groß ungefähr zehn zentimeter ist es groß und das ist schon sehr wenig und eine ganze menge unterschied zu anderen objektiven die ähnliche range haben was brennweiten angeht wie gesagt mein 12 bis 24 mm von sony ist deutlich größer also deutlich breiter schwerer viel ausladen da viel kopflastiger an der kamera auch also und das ist hier nicht der fall ja das andere blende 2.8 und nicht blende 4 aber es ist ein thema wenn du lange draußen unterwegs bist die kamera in der hand hast viel unterwegs bist oder ja einfach die kamera nicht irgendwo ranhängen kannst sondern einfach in den händen trägst und jetzt nicht so schwer tragen möchtest dann ist das ein thema oder eben in packmas eine rolle spielt dann ist es auch ein thema und dann ist das objektiv definitiv zumindest wäre es bei mir die eher erste wahl wenn blende fast egal ist ich habe es gerade eben am anfang gesagt blende ist fast egal ich selbst in der landschaftsfotografie fotografiere ja nicht immer offenblendig und gerade bei 14 mm 16 mm blende 2.8 das mache ich dann nur wenn es um sterne geht oder wenn spezielle lichtkonstellationen sind wo es eben brauche oder eben ein spezieller look gefordert ist ja dann blende ich auf aber ansonsten in der landschaftsfotografie im sonnenaufgang sonnenuntergang oder auch mal am tag da blende ich in der regel ab auf blende 4 oder blende 5.6 denn ich möchte ja schon zeigen wo ich bin ich möchte ein sehr scharfes bild haben und nicht unbedingt bis zum horizont hinten raus aber gerade auf den lofoten da habe ich das 2.8 sehr oft abgeblendet also selten auf 2.8 verwendet einfach weil der vordergrund zu unscharf ist und ich möchte dann gerade schon zeigen das ist der vordergrund eben auch scharf und der hintergrund oder das motiv auch mit scharf und da ist blende 2.8 in der regel ungeeignet selbst blende 4 ist ein bisschen tricky kann noch nicht ganz reichen also daher ist es für mich durchaus praktikabel zu sagen blende 4 reicht aus klammer auf milchstraße oder spezielles low light dann eher natürlich nicht dann müsstest du das das 15 bis 35 mal anschauen von canon das kostet natürlich noch mal deutlich mehr aber hat dann blende 2.8 hat auch keine gewilbte linse das heißt du kannst vorn dran auch wieder filter drauf schrauben also hat auch seine vorteile je nachdem was du machen möchtest ansonsten noch spezielle sachen zum einen was mir sehr gut gefällt am objektiv das wäre vor allen dingen das nahdistanz verhalten du kannst mit diesem objektiv fast schon makro fotografie machen da war ich sehr beeindruckt das ist wirklich ziemlich cool ich zeige mir hier zwei drei bilder die ich damit gemacht habe ich kam quasi so nah ran gerade jetzt im herbst du blätter fotografierst kannst du sehr nah an das objekt heran was du fotografieren möchtest beispielsweise bei 14 mm war es so nah dass meine hand wo ich das platz in der hand hatte quasi schon am objektiv dran war und konnte immer noch fokussieren konnte immer noch scharf stellen das war da zwar schon an der grenze aber das ist schon ziemlich cool wenn du weitwinklig 14 mm fotografieren kannst und so nah ran kommst das ist ein sehr spezieller look und ich mag den look weil er anders ist als die typische makro fotografie und auch noch ein bisschen ringsherum zeigt wo du bist gerade im wald oder in der landschaft kann das ziemlich cool sein also du kommst sehr nah ran wenn du rein zum ist auf 35 mm ist das nicht mehr ganz der fall da musst du ein bisschen zurückgehen aber da sprechen wir von zentimetern und das kann man denke ich vernachlässigen weil du auch durch das rein zum näher ran kommst also quasi fast schon doch wieder ein vorteil weil du näher ran kommst mit dem zoomen aber du kommst eben nicht so dicht dran was den abstand betrifft wie mit den 14 mm kann wie gesagt trotzdem für coole effekte sorgen ich finde den effekt bei 14 mm deutlich spannender als bei den 35ern weil wenn ich 35 mm fotografieren möchte dann nehme ich doch eher dann das 35er objektiv weil das eben die offenere blende kann und noch etwas dichter ran kann ja aber dass ich es mit gesagt habe du kannst fast pseudo makro fotografie damit machen und es wird nicht offiziell erst makro objektiv ausgegeben aber du kommst sehr nah ran kennen sagt 20 cm ungefähr nach einstellgrenze ich habe das jetzt nicht nachgemessen es kann mir gefühlt deutlich näher sogar vor aber das wird schon stimmen wenn das so drin steht also ja das kannst du damit machen ansonsten ist objektiv sehr leicht ich habe gesagt es ist ja klein mit zehn zentimetern und es ist auch sehr leicht also es fasst sich sehr sehr leicht an jetzt nicht so mega stabil aber in kombination vielleicht mit einer eos r100 oder den aps c kameras die noch mal ein bisschen leichter sind als die a5 die mich gerade findet da kann das ein thema sein wenn gewicht oder packmaß eine rolle spielt dann ist es in kombination mit diesem objektiv noch mal kleiner und leichter und reicht vielleicht sogar aus für tagestouren also gerade wenn du unterwegs bist in den bergen oder so ein bisschen im wald beim spazieren oder mit der familie dann reicht in der regel das objektiv aus wenn du mehr zeigen möchtest weil blende 4 am tag mehr brauchst du eigentlich nicht für meine begriffe und es ist kleiner leichter nicht ganz so lang auch nicht so ausladend und ermüdet auch einfach nicht wenn du quasi das kopflastige eben nicht hast du hast es ja nicht durch dieses objektiv demzufolge macht das schon spaß mit dem objektiv rumzulaufen und ich dachte ja ich bin ja die 12 mm von sony gewohnt ich werde es vermissen und es war eher nicht der fall also das bei 14 mm auch schon eine deutliche krümmung im bild natürlich weil es eben ultra weitwinkel ist und demzufolge dafür sorgt dass du auch die die beugung also die verzerrung im bild auch hast nicht nur in den rändern auch so ein bisschen oben und unten und das ist völlig normal physikalisch demzufolge habe ich meistens reingezoomt auf 16 mm sogar 20 mm teilweise das sah dann wieder schöner aus für spezielle sachen natürlich dann wieder rausgesoomt auf 14 mm und nein ich habe nicht die 12 mm vermisst da gibt es spezielle momente wo man sagt ja okay mehr ist eben besser aber da reden wir nicht davon wenn du im wald bist und ein bisschen ja pilze fotografierst oder draußen mit einer gruppe unterwegs bist hier und da was festhalten möchtest da eher nicht ja ich hoffe ich habe ein bisschen das positiv abgeholt von dem objektiv denn es gibt auch zwei drei sachen die mir nicht so ganz gefallen da komme ich gleich zum ersten und das ist die verarbeitung ja das objektiv ist nicht so teuer wie das 15 35 2 8 objektiv aber mit fast 1500 euro auch nicht unbedingt billig und die zielgruppe richtet sich ja nun schon eher an professionelle oder ambitionierte hobby fotografen und das sollte das für meine begriffe besser sein also die verarbeitung hätte besser sein können ob das ganze komplett wasser die wasser dicht also staub und spritzwasser geschützt ist das weiß ich nicht das habe ich nicht ausprobiert ich weiß jetzt draußen ein bisschen bei nieselregen unterwegs und da war jetzt nichts am objektiv also das sollte halten aber mega viel vertrauen erweckt es nicht das muss ich einfach sagen weil das bin ich anders gewohnt von canon auch vor allen dingen mit den elterobjektiven und auch natürlich von anderen herstellern punkt zwei ist das thema des zoom verhaltens es ist so dass und das kann vielleicht an meiner kamera an der r5 liegen wenn ich super und also rein zu von 14 auf 35 mm und ich halte den fokus dann hatte ich hin und wieder das gefühl so ab 20 mm beim quasi rüberspringen springt mir auch der fokus er fängt sich wieder er kommt dann wieder auf das motiv wo ich hin möchte aber er springt mir für den moment und das hat mir nicht so richtig gefallen gerade wenn ich ein motiv verfolge dann hätte ich vielleicht zumindest den zweifel im hinterkopf wird das auch mit verfolgt und wird es mit fokussiert die situation hatte ich jetzt nicht aber es ist mir aufgefallen beim filmen und beim fotografieren dass das meine r5 zumindest macht und die ist up to date die ist mit allen firmware updates versehen also das sollte in der regel funktionieren das objektiv kannst du ja nun nicht per firmware update updaten ja das wird dann mit der kamera gemeinsam quasi verwendet und punkt drei zum zoom verhalten habe ich gerade eben gesagt der tubus fährt aus und das ist etwas was mir nicht gefällt auch da bin ich eher gewohnt gerade von den hochpreisigen objektiven wenn sie zoom stufen haben dass sie nicht raus zu mir jetzt kann man sagen das liegt an der philosophie von canon man hat jetzt auch dieses 70 bis 200 das ganze neue auch eben so konstruiert dass du es komplett zusammenschieben kannst und im rucksack deutlich kleiner ist und ja einfach kompakter daherkommt als die älteren sieht nicht 200 2 8 objektive ich mag das nicht ich bin da kein fan von für mich ist es okay wenn das objektiv einfach ein bisschen größer ist und dafür beim zoomen aber eben nicht raus oder rein fährt denn das ist immer eine potenzielle schwachstelle finde ich für staub für spritzwasser für wenn du im wald bist auch dreck für ja für für nadeln einfach im wald wenn du draußen bist da kann oder kleine blattreste das kann sich reinschieben wenn du es einfach nicht bemerkst und das findet einfach unschön dass man diese potenzielle schwachstelle hier einfach gelassen hat weil so viel ist es nicht wir sprechen von ein zwei ein zentimeter vielleicht anderthalb zentimeter die das objektiv raus fährt und wieder rein fährt und das hätte man auch kompakter bauen können ich glaube diese zentimeter wäre nicht schlimm gewesen in packmaß wenn man das einfach geschlossen gelassen hätte und du quasi vom vom tubus nichts siehst beim zoomen canon hat das jetzt nicht so gebaut ich wollte es mit gesagt haben und der tubus hält auch nicht das heißt wenn ich jetzt raus zoome auf oder rein zoome auf 14 mm der tubus ein bisschen raus steht dann ja rutscht mir das objektiv zwar nicht wieder zurück wenn die kamera nach oben liegt aber ich könnte theoretisch wenn ich jetzt an die kamera versehentlich an also in die jacke komme oder irgendwo dagegen drücke versehentlich dann rutscht das ganze rein das finde ich nicht gut weil du damit automatisch deine brennweite verstellen könntest also versehentlich verstellen könntest und das irritiert natürlich wenn du an location bist und du hast gerade so ein bisschen die aufmerksamkeit weg vom objektiv sondern eher auf das motiv und du kommst irgendwo dran und lehnt sich gerade irgendwo dran du drückst es quasi ran dann veränderst du deine brennweite und merkst es vielleicht nicht gleich oder siehst das greifst ein und der moment ist aber weg also daran muss man einfach denken du kannst den tubus quasi bewusst rein und raus schieben vorne dran am objektiv das finde ich nicht gut auch das hätte man irgendwie arretieren können mit einem einstellrädchen oder mit einem kippschalter das geht ja bei objektiven bei canon das geht ja das machen sie ja dass man das auch feststellen kann bei teureren objektiven also hier hätte man nicht sparen dürfen finde ich das hätte man mit einbauen müssen grundsätzlich abbildungsleistungsmäßig ist es ein tolles objektiv es hat eine tolle abbildungsleistung auch bis zum rand hin für meine begriffe auch noch mal ein bisschen besser als die alten weitwinkel objektiv von kennen und du hast natürlich durch das ultra weitwinkel eben auch diese deutliche vignette das solltest du wissen das kannst du in lightroom raus korrigieren mit einem klick und dann ist es weg mich stört das gar nicht weil wie gesagt in der regel blende ich sogar noch mehr ab auf blende 5 6 oder so aber bei blende 4 hast du die vignette die ist sichtbar die ist da einfach dass du das mit weist und in deine planung mit einbeziehst wenn du damit fotos oder videos machst das solltest du wissen ich glaube das 15 35 hat die vignette auch nicht ganz so stark aber hat sie eben auch ein bisschen untypisch ist natürlich wenn das blende 4 objektiv das trotzdem trotz offenblende anfangsblende schon so zeigt das kann kennen auch ein bisschen besser aber hier sprechen wir wie gesagt bei 14 mm auch von ultra weitwinkel und mein sony das 12 24 hat auch eine deutliche vignette offenblendig selbst bei blende 4 ungefähr immer noch da also das ist ein bisschen bauart oder physik technisch einfach bedingt da mich würde jetzt interessieren ob du das 14 35 schon mal an der hand hattest ob du damit fotografierst ob du es vielleicht sogar hast und einfach magst oder nicht magst schreibt mir das gerne drunter in die kommentare mich würde interessieren ob ihr einen vergleich zum sony 12 24 sehen wollt schreibt mir das gerne hier in die kommentare das würde mich sehr interessieren ob ihr da lust darauf habt wenn ja schreibt sie wie gesagt gerne hier drunter und wenn das ganze gefallen habt dann lasst mir gerne ein abonnement hier gebt mir gerne einen daumen für dieses video hoch und ihr dürft mir sehr gerne auch bei instagram folgen da zeige ich regelmäßig was ich gerade aktuell teste oder wo ich bin was ich einsetze da kann ich hin und wieder vielleicht einen mehrwert bieten wenn euch das dort gefällt dürfte mir gerne wie gesagt folgen auch gern reagieren und mir dort fragen stellen und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video vielen dank fürs zuschauen und dir noch viel spaß in der herbstfotografie denn jetzt ist es gerade so ein bisschen am fast dann abblühen oder am abwelken der blätter also jetzt rausgehen jetzt die fotos machen und denke in ein zwei wochen kann es fast zu spät sein also bis dahin tschüss ja ja Untertitelung des ZDF, 2020